Oh, Entschuldigung. Kalte Sierch hier draussen, kalte Sierch! Das beste Äckli ist immer noch das Coni-Äckli. Auf dem Töffel hier herkommt und denkt, dass er kühl ist. Nachmittag noch die Sonne geschüttet. Hier unten beginnt man zu tröpfeln, oder? Nicht verschrecken, dann taucht er dann wieder. Bei dir? Ja, bei dir. Kann nicht mehr viel tauchen. Und die Unat, dass wir nicht immer mit dem Schlepper unterwegs sein müssen? 50 Kubik, also haben wir schon. Autoprüfung, wie sieht es aus? Oh, durchgeheide bin ich. Durchgeheide bin ich, meine Herren. Ich habe einen Geisterfahrer überholt. Jetzt wollen wir es dann gleich noch sagen. Jetzt Autofahrer da rein. Wir haben einen Kratz gemacht. Einen Kratz haben wir gemacht. Mit dem Hobel rein, oder? Einen verdammt Schramm. Von vorne nach hinten, von hinten nach vorne. Es ging dumm. Was war das für eine Marke? Mercedes Benz, oder? Oh. Vortrein eine Mercedes. Oh. 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 Er hat heute einen Schmierlankarren hergefahren. Wolltest du aber immer die Falschen, oder? Und der Smart neben dran? Zwei Teile ist er heute durch. Er ist immer geschlittelt. Auf dem Hosenboden. Da-da-da-da-dumm. Ja. Du lachst jetzt? Da ist mein Naseboden. Hoi. Wahnsinn. Kennt ihr den Unterschied zwischen Smart und SVP? Ja, die kennen schon viele, oder? Ja, sie kennen ihn, oder? Ja, da können wir ja gehen. Ja, der Smart hat zwei Sätze. Da sei jetzt. Applaus Votrein. Hua Falk. Diab.